»Warum töten Sie diesen Kerl nicht auf andere Weise? Ein Scharfschütze könnte ihn beispielsweise auf dem Weg zum Gericht erledigen.« Artoras nickte. »Darann habe ich auch schon gedacht. Ich habe jede Möglichkeit durchgespielt. Wir wissen nicht, wo er ist und wie er ins Gericht gelangen wird. Das ist die einzige Möglichkeit. Die großen Anwaltskanzleien, denen wir den Fall vorgelegt haben, praktizieren in der ganzen Stadt. Sie und Jack dagegen hatten fast alle ihre Fälle hier in der Chamber Street. Sie kennen das Personal. Die Anwälte in den anderen Kanzleien berechnen 900 Dollar die Stunde. Glauben Sie, die haben Zeit, mit einem Wachmann zu reden? Nein. Ich wusste, so muss es laufen, als ich Sie und Jack das erste Mal durch die Sicherheitsschleuse laufen und den Alarm auslösen sah, und niemand hat auch nur mit der Wimber gezuckt. Sie haben mir die Lösung aufgezeigt.« Artoras war hier der Stratege. Das Ganze war eindeutig seine Idee. Er wirkte distanziert, kalt, rational. Und so würde er selbst dann noch sein, wenn es darum ging, abzudrücken. Für Wolczek galt das Gegenteil. Obwohl er ruhig und beherrscht geblieben war, als ich ihn geschlagen hatte, spürte ich, dass ein Ungeheuer hinter seiner Fassade lauerte, dass jeder Zeit zum Vorschein kommen konnte. Ich legte den Kopf in die Hände und atmete tief durch. Da ist noch etwas, Mr. Flynn, sagte Wolczek. Sie sollten wissen, dass wir Soldaten sind. Wir sind stolz. Wir sind eine Bratwa, eine Bruderschaft. Ich vertraue diesem Mann. Er legte die Hand auf Artoras Schultern. Aber vieles kann schiefgehen. Sie müssen das Jackett in das Gebäude bringen. Der Tod ihrer Tochter ist nur einen Anruf entfernt. Sie werden hineinkommen. Ich weiß es. Ich erkenne auch in ihnen einen Soldaten. Aber kämpfen sie nicht gegen mich. Er hielt inne, um sich eine neue Zigarre anzuzünden. Artoras und ich sind vor 20 Jahren mit nichts hierhergekommen. Wir haben viel Blut vergossen, um dahin zu gelangen, wo wir sind. Und wir laufen nicht einfach davon. Aber wir sind nicht dumm. Der Prozess ist auf drei Tage angesetzt. Wir geben ihnen zwei. Mehr können wir nicht riskieren. Zwei Tage, um Little Benny auf diesem Platz zu bekommen. Wenn er bis morgen Nachmittag um vier nicht tot ist, haben wir keine andere Wahl. Wir werden fliehen müssen. Je länger das Verfahren dauert, desto wahrscheinlicher wird die Staatsanwaltschaft versuchen, meine Kaution zu widerrufen. Das hat mir einer von diesen 900-Dollar-Anwälten erklärt. Sie sind klug genug, um zu wissen, dass er recht hat. Ich hatte es schon öfter erlebt. Die meisten Ankläger haben ihre schlagkräftigsten Beweise bei der Vernehmung noch nicht parat, wenn der Beschuldigte Freilassung auf Kaution beantragt. DNA-Nachweise und Expertengutachten brauchen Zeit, bis sie fertiggestellt sind. Bis zum Prozessbeginn hat die Staatsanwaltschaft alles beisammen und wird beim Richter möglicherweise beantragen, die Freilassung des Angeklagten gegen Kaution zu widerrufen. Damit ist das Schicksal des Angeklagten in der Regel besiegelt. Alles, was es braucht, ist eine kleine, vorsätzliche Verzögerung durch den festnehmenden Beamten, damit die Jury den Angeklagten in Handschellen sieht. Ein kurzer Blick auf diese Armbänder und alles ist vorbei. Die Jury kommt jedes Mal zu einem Schuldspruch. Ich nickte. Wolczek wusste, dass ich erfahren genug war, um die Kniffe der Staatsanwaltschaft zu kennen. Es hatte also keinen Sinn, es zu leugnen. Während Wolczek sein Ultimatum bekannt gab, strengte er sich an, weniger brutal zu klingen. Das Gericht hat meinen Pass. Das gehörte zu den Kautionsbedingungen. Ich lasse dreimal im Jahr Ware aus Russland einfliegen, mit einem privaten Flugzeug zu einem kleinen Geschäftsflughafen, nicht weit von hier. Dieses Flugzeug trifft morgen um drei ein und fliegt um sechs zurück. Wenn Benni um vier noch lebt, ist ihre Zeit um. Ich muss das Gericht um vier Uhr verlassen, um die Maschinen noch zu erwischen. Es ist meine letzte Chance, aus den Vereinigten Staaten rauszukommen. Ich möchte aber gern bleiben. Ich möchte kämpfen. Little Benni muss vor vier Uhr morgen Nachmittag sterben, sonst töte ich sie und... Sie wissen schon. Das schwöre ich feierlich. Ich hoffe, euch hat die Hörbuchvorstellung gefallen. Bitte gebt einen Daumen nach oben, denn das hilft dem Kanal. Falls ihr das Hörbuch schon gehört habt, dann schreibt doch einen Kommentar, wie es euch gefallen hat. Dieses Hörbuch gibt es jetzt kostenlos im Probeabo. Schaut in die Infobox, dort findet ihr Links und weitere Hinweise. Hier rechts findet ihr eine weitere Hörprobe. Bitte lasst auch ein Abo da und die Glocke aktivieren, dann werdet ihr immer über neue Hörbücher informiert. Untertitelung des ZDF für funk, 2017